Was kurz vor der Aufnahme geschah. Verfluchte... Willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja und heute spielen wir die Senders, den Fahrrad-Simonator. Wie ihr alle wisst, bin ich absoluter Fahrrad-Profi. Und ich hab richtig Bock auf das Game und für alle Nintendo Switch-Belutzer, das Game kommt auch auf die Nintendo Switch, ist noch nicht draußen, kommt aber Ende August. Und da es bald auf die Switch kommt, spiele ich die Map Todshafen. Und ich werde sagen, ich labere nicht so lange, sondern starte auch mal rein. Man muss hier so Hindernisse ausweichen und so. Ist ganz cool, auch ganz easy. Guck mal hier. Ja, okay. Okay, erst Hindernis sollte jetzt hier nicht das Problem sein. So, ich hab die Map noch nicht gefahren, muss ich dazu sagen. Aber es ist ja einfach straightforward. Einfach hier warten und... Okay. So, jetzt aber hier hoch, schwingen und... Das könnte ein langes Video werden, wenn ich hier so weitermache. So. Oh nein, jetzt hab ich einen Checkpoint gesetzt. Hier wollte ich gar nicht. Verfluchte Axt. So, jetzt aber. So, ganz easy. So, da hinten. Was machen wir hier? Ach komm, einfach Vollgas. Schaffen wir schon. Oh mein Gott. Oh, ich hab schon wieder aus Versehen ein Checkpoint gesetzt. Wie bin ich denn da durchgekommen? Ja, Leute. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Game, ja, immer raus damit. Hier ist die grüßte Kugel. Okay, das sieht wieder aus. Sie... Oh mein Gott. Zack. So. Und hier jetzt auch. Und hoch. Und hoch. Ja, gut. Nein, nein. Ja, das war so gewollt. Muss man dazu wissen, ja. Damit ich das so machen kann. So und... Mit Style halt. Alles mit Style. Und schnell einsetzen. So, was haben wir hier? Man kann auch hier so komische Backflips machen. Hier, guck mal hier. Zwei. Ob der nochmal aufsteht, ist die Frage. Okay, machen wir erstmal einen Backflip, ja. So. Hä? Der war perfekt. Ah, siehste. So, jetzt. Oh mein Gott. Bergauf. Bergauf fährt ja auch kein Radfahrer. Ja, ne. Ich schaffe es sogar, an einer einfachen Mauer hängen zu bleiben. Oh, der war elegant, würde ich sagen. Ja, der Checkpoint hier. So, was haben wir denn hier? Einfach weiter, weiter, weiter. Aha, okay. Hi, hopp. Oh. Da hat mich der Pilz aber zerrissen, würde ich mal sagen. Aber jetzt aber... Und springen. Jawoll. Schnell den Checkpoint setzen. Man weiß ja nie, was als nächstes kommt. So, was haben wir denn hier? Okay, da fahre ich einfach hier durch. Manchmal muss man auch einfach Vollgas. Ich ziehe jetzt einfach Vollgas durch. Da wird sich schon eine Lücke ergeben. Nämlich genau hier. So, das schaffen wir auch noch hier. Hopp, hoch. Äh. Das war so gewollt. Okay. Ich will mal sagen, ich will fahren lieber schräg an. Ja, perfekt. Und auch hier. Guck mal, da ist doch Platz. Da sehe ich doch. Äh, juhu. Nicht ganz so viel Platz. Also, ich würde sagen, dann doch eher hier an der Mitte. An der, äh... Wo kommt... Wo kommt jetzt der, der, die Bahn her? Schön entspannt. Manchmal muss man auch entspannt auf dem Rad sein, ja? Man muss ja auch nicht immer alles mit super Stress machen. Sondern es reicht auch einfach mal, wenn man es entspannt. So, hier lang. Seht ihr? Einfach. Das ist halt auch manchmal Geduld gefragt. Diese Bahn, die rast aber auch da rum, ne? Es gibt hier auch so mehrere Levels. Ziemlich cool. Ich probiere mal gerade immer welche aus. Jetzt hier. Was war das? Ich wollte... Nein, ich habe keinen Checkpoint gesetzt. Ich habe keinen Checkpoint gesetzt. So, alte Stelle. Jetzt aber. Hier runter. Rampe. Springe. Hä? Nochmal. Da müssen wir doch springen können. Aha. Das ist doppelter. Alter. Also doppel, doppel Flip müssen wir hinbekommen hier. Okay, ich mache einfach nur, ich mache nur einen einfachen Flip. Aber dafür machen wir den ohne Hände. Komm. Ohne Hände. Doppelten. Oh mein Gott. Der ist so gut. Ich fahre einfach durch. Oh Gott. Ich bin stark. Ich bin stark. Alter. Aber es war... Ey. Das war sowas von sauber. Ja? Das war... Ich glaube, man muss eh durchheizen. Und unten setze ich irgendwo schnell einen Checkpoint. Ey. Das wäre so geil gewesen. Nochmal doppelt. Jetzt. Oh Gott. Und jetzt einfach durch. Und jetzt mache ich einfach Checkpoint. Setz ins Checkpoint. Oh nein. Ich habe gleich den bescheuerten Checkpoint einfach gesetzt. Oh. Ey. Ich bin einfach Meta in diesem Spiel. Meine Hände sind Meta in diesem Spiel. Gott. Einfach Glück. Okay. Einfach durch. Oh. Nichts passiert. Aber hier. Durch. 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 Oh nein. Ich habe keinen Checkpoint gesetzt wieder. Oh Gott. Jetzt bin ich an der bescheuerten Stelle. Ich glaube, das war es. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Seid Dank habe ich es geschafft. So. Jetzt war das ja hier. Einfach auch durch, würde ich sagen. Springen. Nein. Ich habe schon wieder keinen Checkpoint gesetzt. Oh mein Gott, Leute. Du hohle Birne. Endlich wieder durch. Checkpoint. So. Jetzt aber. Springen. Springen. Ducken. Kopf einziehen. Ach. Das wird nichts. Also ich glaube, wir müssen einfach hier an der Seite vorbei. Ich bin auch zu hektisch. Ich will da einfach durchbrechen. Ja, das geht aber halt nicht. So. Jetzt durch. Aha. Und. Woo. Im Ziel. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal eine Strecke an. So. Hier sind wir auf Walkie Billy Bike Out. Also Bike Out ist immer das, dass man hier rausfliegt und so. Also ihr wisst schon Bescheid. Das war schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Checkpoint. So. Ähm. Was muss ich denn hier machen? Wo muss ich denn hin? Ja, da wohl mal nicht. Ah. Ha. So geht. Oh. Checkpoint gesetzt, obwohl ich es gar nicht wollte. Aber es war, glaube ich, eine gute. Oh. Ich habe diese Dingensbumens-Glocke da gar nicht gesehen. Okay. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz. Oh mein Gott. Guck mal, wie entspannt. Leute. Das ist einfach. Das liegt mir im Blut. Hier. Das. Das war doch jetzt auch nicht schwer. Aber wo lang muss ich denn jetzt? Okay. Dahin nicht. Und jetzt habe ich den Checkpoint wahrscheinlich total bescheuert gesetzt. Nee, doch nicht. Muss ich denn jetzt hier lang? Ich kann doch nicht da hoch. Wie kommt man denn da hoch? Er hat es geschafft. Aber wie? Lop. 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 Eine Ewigkeit später. Jawohl. So rum geht das, ne? Direkt mal Checkpoint setzen. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier lang. Oder? Nein. Nicht da hoch. Das mache ich nicht nochmal. Und, und, und. Nein. Nein. Er ist aber auch ein Drecksack. Jawohl. Endlich. So. Wieso muss ich denn lang hier? Hier wahrscheinlich nicht. Nein. Sag mir nicht, ich muss da oben hoch. Ah. Endlich. Ey, dieses. Das geht mir so auf den Nerv. So. Wovor geht es hier lang? Checkpoint. Nein. Ich kann kein Checkpoint mehr setzen. Ich glaube, ich habe ihn vergessen zu setzen. Oder? Oh Gott. Ja. Aber. So wird das. So. Wolang denn? Hier runter, würde ich sagen, ne? Worauf bringe ich denn? Ach, da ist eine Scheibe. Ach so. Nein, ich wollte da kein Checkpoint setzen. Das ist so bescheuert mit dem Controller. Ich drücke immer, da muss ich, aber ich kann, die Controller-Settings kann man nicht ändern. Das ist total bekloppt. Jetzt habe ich hier aber sowas von einem bescheuerten Checkpoint. Ja, nein. Seht ihr, was ich meine? Und das war's. Täglich grüßt das Murmeltier. Guck mal, ich kann nichts machen, egal was ich mache. Nein, doch, es geht. Wartet. Ich kriege es vielleicht hin. Es dauert nur ein bisschen, aber ich kriege es hin. Ich habe es hinbekommen. Direkt setzen. Okay. Leute, ich bin sowas von im Rausch. Muss ich jetzt da rüber, oder was? Ja! Oha! Nein, sag mir nicht. Ach, der war doch super. Der war auch gut. War nur leider falsch. Bin wieder zurückgesprungen. Oh Gott, das sieht ja auch jedes Mal aus, wenn der da rauskommt. rumfliegt, ne? Jetzt habe ich ein Checkpoint gesetzt. Ja. Ne, doch nicht. Das geht. Oha! Äh. Einfach durch. Wenn ich jetzt mathematisch ganz genau berechne, kommen wir ganz genau zum Ziel. Ja, oder eben halt auch nicht. Aber grundsätzlich war das schon mal solide. So, einfach da drauf und dann fährt das Ding doch hoch. So, aha. Ich muss einfach nur warten, bis das Ding oben ist, ne? Und jetzt? Ich sehe doch gar nichts. Ah, okay. Jetzt bin ich hier oben. Und nun? Ach, muss ich da hoch? Verstehe. Ja. Zack. Checkpoint. Jetzt hier einfach gerade drüber fahren. Das kann ja nicht so schwierig sein. Der eiert. Was muss ich jetzt machen? Stop. Und der letzte Sprung machen wir. Yeah. Oh mein Gott. Er ist einfach mal umgefallen. Ja, meine Freunde. Das war eine Folge von Descenders. Hat mir mega Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Bock drauf habt, dann lasst es mich einfach wissen. Haut rein. Bis dann. Ciao.